Willkommen zurück zu... ARK... Ähm... Find's ganz an... Knopf fürs Puppen... Ist genau der gleiche... Ist der gleiche Knopf, den ich nutze... Um die Aufnahme zu starten. That is awesome! So, wir waren dabei, Materialien zu besorgen für Pfeile. Damit wir bald auch mit ordentlich Narkotik fallen. Endlich mal losziehen können. Um uns die ersten riesigen Dinos zu zähmen. Damit wir auch mal ein bisschen weiterkommen als... Naja... Also Parasol... Oh! Der Fug? Wieso verhungert der? Alter! Übertreib mal! Warte, was war das denn, ey? So... Oh... Eigentlich müsste ich auch noch ein bisschen Stroh kloppen. Weil wir brauchen auch Stroh für Pfeile. Dann ist noch eine Schildkröte. Das ist aber die Preisfrage... Kriegt man die mit Speeren kaputt? Also sie ist ja nicht besonders schnell. Aber ich glaube, ich setze doch mal lieber noch auf. Oh! So... So ist noch ein anderes Fleischlieferern. Ja, wir haben natürlich auch jetzt die letzte Folge Fleisch ordentlich gesammelt. Weil wir verdorben... Weil wir... Weil wir... Weil wir... äh... Verdorbenes Fleisch brauchen für Narkotika. So, ich werde nochmal den Nahkampfschaden erhöhen. ... Alter, aufzuleggen! Äh... Was war das? Schildkröte. Alter! Ich bin nur flott aus dem... Menü ausgemacht. Oh, bum 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 gehört. So, ich möchte Narkosepfeile leeren. Kann ich die denn jetzt schon leeren? Die Narkosepfeile. Noch nicht? Ernsthaft? Angel... Äh... Hallo? Narkosepfeile? Das ist doch ein Scherz, oder? Steinpfeile, ja. Das hat irgendwas an mir vorbeigetappert. Ähm... Daher auf 21 lerne ich die erste so bescheuert. Alter! Sorry, wenn du machst mit Tiere. Du... 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 Weißt du was? Ah... Mist. Möschel! Immer schön den Abstand halten. Perfekt. Nur, dass natürlich ein Speer jetzt kaputt gegangen ist, aber... Ey... Ich werde aber gleich noch einen neuen Speer basteln, definitiv. Da! Lass ihn mal gegen mich laufen. So. Nein! Nein! Naja. War ein Versuch, wir hätten Speer zu werfen. Nice! Ein verdrobenes Fleisch. Sehr schön. Alter! Vier von den Dinger laufen hier rum! Was ist denn los mit euch? Ich glaube, die verderben hier drin auch ganz in Ordnung. Ich will gleich nur ein bisschen Fleisch kochen. So. Ein bisschen Fleisch gleich kochen für... Essen! So. Keratin kommt gleich mit oben mit rein. Stimberry... Ach, hier habe ich schon immer mehr Fleisch. Hier. Ähm... Hier kann ich nicht... Ach wo... Ne, für die Pfeile brauche ich keinen Stein. Für die Pfeile brauche ich Feuer, Stein, Stroh und... Okay. Sehr gut. Holz kann ich auch reinpacken. Leder. Stroh brauche ich. Keratin werde ich mal in den Dings reinpacken wieder. Weißt du was, wenn ich sowieso schon dabei bin? So. So, Keratin packe ich dann gleich mal hier rein. Ähm... Speer. Was brauche ich für Speer? Holz brauche ich dafür. Weil ich mir doch sehr gerne jetzt noch Speere bauen würde. Ne, Großer. Warte um, warte um. So. Joa, drei Speere reichen. Fing. Fing. Sehr schön. Uh. Ich wollte Stein hier reinpacken. So. Dann beseitigen wir... Beseitigen... Ja. Beseitigen wir mal ein paar... Beseitigen wir mal. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der hier rumläuft. Weil da immer die Gefahr besteht, dass der eine in die Spitzsacker läuft. Und dann ist man... Dann ist man selbst die Person und hat die Arschkarte. Weil man... Mann gegen Mann, den gerade keine Chance hat. Riesige Dinos beseitigt man ja am besten Fall mit der... Mit Fernkampfwaffen. So. Tappelt hier irgendwas Böses rum. Nein. Gotti. Ja gut und so. Ach der steckt da hinten immer noch fest. Das ist ja... Ein gutes Zeichen eigentlich, ne? So. Bisschen Stroh noch sammeln. Weiter. Black. Standbild. Alter jetzt... Jetzt sind wir gerade wirklich schlimm. Hallo. Ist gut jetzt, ne? Danke. Keine Ahnung was jetzt gerade sein Problem ist. So. Darf ich jetzt? Goodie. Habe ich mal das Gefühl, oder hört sich das, wenn das... Nein! Nacko-Beer ist falsch verborgen. Nein! Genau, sammel Steine ein. Du musst Werkzeuge... Eigentlich sammel ich Fasern. Ah! Ich erkenne gerade so ein bisschen das Muster. Wo es Fasern gibt und wo es eher Beeren gibt. Okay. Doch nicht. Ich hätte erst gedacht, das ist diese komischen Grün... Ich habe gerade Level 58 gelesen. Woher sagen wir jetzt Level 58? Ähm... Ich hätte erst gedacht, dass diese fein... Diese feinen Pflanzen da eher den Unterschied machen. Und mehr Fasern geben. Ähm... Was mache ich eigentlich? Hier, bitteschön. Zack, 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 zack. Sehr schön. Feuerstein fehlt uns tatsächlich. Boah, dann gehen wir uns noch ein paar Feuersteine holen, ne? Wenn mich das Spiel gerade mal lässt. So weit vom Lagging Faktor her. Also gerade mit Rad ist das aber echt schlimm, ne? Habe ich schon mal erwähnt, ich freue mich auf meinen neuen PC. Danke. Okay. So, wie ich ja schon mal sagte, wir versuchen die Steine hier jetzt mal ein bisschen zu beseitigen. Damit mein Sichtfeld mehr wird. Und wenn wir dabei Feuerstein sammeln für Freunde, bin ich voll dabei. So, auch dann hier noch. Bam, 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 bam. Also kriegen wir so ab und zu Metall, das ist ja auch wirklich gut. Und das brauchen wir später anmaßen. Also Metall brauchen wir später definitiv anmaßen. Der hängt da hinten fest. Wir könnten eine Steinschleuder jetzt nehmen und... Aber... Ne, ne, ich warte auf die Narko-Pfeile. Oh. Oh. Äh, hör auf mal zu Lagging, ich hab da... Ah, ein Dodo. Warte mal, ich hab da was Kleines gesehen. Hab da was Kleines gesehen. Wird ja jetzt an die Hose sagen, ey, ihr Leute, ich beende mal die Folge wegen der Leckerei. Problem ist allerdings, dass wir unter elf Minuten heute haben. Das geht nicht. Und gerade geht's ja wieder, ne? Mit der Leckerei. Mit der Leckerei. Leckerei, das hört sich auch gut an. Ah, lecker. Ach, das ist doch lecker. So. Gebohrt grad jemand. Der hängt da am Baum fest. 100% durch die beste Gelegenheit. Und später in Triceratops. Just tell the salmon. Dum, dum. Dum, dum. Yeah. So. Wollen wir mal gucken, wie viele Steine wert her... äh, Pfeile wert herstellen können. 46. Sehr schön. Yeah. 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 Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, hab ich mich grade erschrocken. Habe ich das Gefühl, er faucht gerade aus dem Nichts auf. Schick. Muss nur aufpassen, dass ich meinen Hochstand nicht kaputt haue. Äh. Da vorne, dass das mein Hochstand. Muss nur überlegen, ob ich da vielleicht irgendwann mal in der Zukunft so eine kleine Hülzbrücke oder so hinbaue. So, 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 so. Wuhu. Och, nö. Das kann ich jetzt nicht kaputt hauen. Ah, das stört mich. Ah, doch. Okay. Ich wollte grad sagen, das stört so ein bisschen mein Sichtfeld. Was wir gleich aber auf jeden Fall auch haben werden genug ist, äh, äh, Steine. Ah. 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 Bam. Bam. Mal kurz gucken hier. Ich hab ja jetzt Leser, Schuhe und Leder, Dings gelernt. Ja, die Fasern reichen müssen, müsste man ja nicht nur das Leder aus der Tasche holen. Aus der Kiste. Ich bin mal kurz zur Seite gegangen, um zu gucken, ob da nicht in die Spitztacke läuft. Ja. Was oben reinkommt, geht und dann sofort wieder raus, ne? Nein. Was fehlt mir jetzt für den Kack? Stroh. Baum. Ich brauch nen Baum. Da vorne ist ein Baum. Baum unserem kleinen Freund hier vorne. Ne, kleiner? Jojo. Ach, das ist die Putze, Joos. Deswegen. Bam. Glaubst du wohl hier? Das geht doch. Ich kann den nicht zähmen. Wieso kann ich die... Hallo? Ich will nicht zähmen. Zeh, Mann! Der zehn war... Boah, er schreckt mich nicht so. Ey, die laufen überall jetzt rum. Also, ein bisschen ist das schon störend. Aber die ganze Zeit ist... Boah, 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 boah. Könnte auch sein, dass das ein Riesensaurier ist, der gerade sich angucken und sich fressen will. So. Hier ist das Leder, ne? Ja, gut. Ähm. Hallo? So. So, die Narko-Berries packe ich jetzt auch erstmal. Und am besten verarbeite ich das zusammen mit dem Fleisch gleich sofort zu. So. Ähm. Verdorbenes Fleisch. Narko-Berries. Und Steine. So. Steine brauchen wir nämlich auch hier. So. Hips. Hips. Klar, ich kann die jetzt schon K.O. hauen, die Dinos. Und denen das Narkotika da reinhauen. Das ist ein bisschen kritisch. Besonders bei so einem Triceratops. Da würde ich dann doch lieber Dings vorziehen. So. Habe ich die Narko-Berries da jetzt rein gepackt? Nö. Ich hab die noch in meiner Tasche. So. So. Jetzt haben wir Schuhe. Hä. Alter. Ist das euer Ernst? Was? Warte ich mal aus, was wir bringen können. Hier, ne? Ne. Hier ist er. Gut. Einmal da. Einmal da. Hallo. Äh. Jetzt geht das nicht. Weil. Voll. Zack. Guck mal. Sortieren wir mal ein bisschen aus hier. So. Guck mal. Wenn ich den ganzen Kram wieder hier reinpacken. Alter. Genug Dings habe ich aber jetzt mittlerweile, ne? Ich muss ja hier nur Stroh und Dings wieder sammeln. Dann könnte ich noch mehr Pfeile basteln. Ich muss ja hier nur Stroh und Dings wieder sammeln. Ich finde das schön, die imaginären Möwen hier. Na, ihr beiden. Ach, der war nur müde. Ja, ich lache. Mittlerweile ist der Körper die Schaden von uns so hoch, dass wir die Dodos mit einem Schlag wegboxen. So. Wie gesagt. Ich muss jetzt hier Bäume. Aha. Tja. Filo, filo. Das war ein Satz mit X, mein Freund. Das war ein Satz mit X. Diese Geräusche hier. Ich mag diese Wälder nicht. Wenn man denkt, dass da gleich was rausgestürmt kommt. Bombs. Ich würde mal sagen, das reicht so langsam ein bisschen. Ich geh jetzt trotzdem einfach mal hier hin. Ich bin neugierig. Könnte zwar eine tödliche Neugier sein. Weil hier könnte ja sonst was wieder rumlaufen. Aber. Perfekt. Was haben wir denn hier? Oh. Zwei Dilos. Jan, Fél. Gf3 I có Genau, fang an zu laggen. Tja. Dank des Laggings echt gerade Massivprobleme gehabt, die Viecher zu treffen. Ich steckte doch gerade noch irgendein Pfeil drin, da habe ich den jetzt mit aufgenommen wieder. Das ist noch ein Parasaurus und sonst geht es eigentlich, ne? Ein paar Schildkröten haben wir hier. Tja, mache ich mich mal daran, wieder ein paar Fasern zu sammeln. Ich freue mich schon auf den Triceratops. Wenn wir mit denen durch die Dinger hier gehen, durch die, durch diese kleinen Pflanzen, der frisst das so weg, der rottet das so weg. Dass du irgendwann nicht mehr gucken kannst, so viele Fasern hast du. Ja. Noch irgendwas zum Abschießen? Hier. Ich gehe mal jetzt ein bisschen langsamer. Da oben läuft auch nichts, okay. Moment. Hust, hust. Das mit Muten ist auch geil. Ich muss mich daran erinnern, dass ich in der einen Starcraft-Folge, die ich aufgenommen habe, vergessen habe, mich zu entmuten. So. Mal gucken. Ne. Bin ein bisschen optimistisch. So wird es, glaube ich. Ja. Oh, ganz knapp. Ich habe ihn nur fliegen sehen. So. Jetzt reicht es aber mal langsam, bitte. Na, okay. Pff. Nö. Mach nur plopp. Diese Grafikfehler hier ohne. Es ist gut, dass es Fleisch verdirbt. Es hat ja seinen Sinn und Zweck, dass ich so viel Fleisch gesammelt habe. Natürlich auch, um den eigenen Wands zu füllen, aber... Oh. So. Standbild. So. Alter. Ich glaube, ich muss hier nachher eigentlich mal eine Aufnahme bei Hause machen. Um das Problem zu ergründen, warum der mich so nasiv gerade nervt. Mann, 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 Mann. So. Ja, Mann. Mal gucken, dass ich so dermaßen dehydrated bin. Da um die zwei in den Dschungel rein. Also wenn ich da jetzt reingehen würde. So bescheuert bin ich noch nett. Hier, mit denen könnte ich hier so durchfliegen. Mann, Todo. Der macht aber auch einen ungesunden Überschlag, ne? So. Ach, das ist dieser Petheladron. Da könnt ihr ja mal gucken. Ahahaha. Jetzt kommt ein Mega-Mega-Mega-Mega-Mega-Optimist. Was ist das? Nö. War ja mal ein Versuch wert. Ah, da hinten läuft so ein kleiner Vierfüßler wieder. Zielübung. Yeah. Hast du das gesehen? So. Das war eine einfache Zielübung. So. Dann baue ich mir jetzt nur mal einen ganzen Batzen Pfeile. Herstellung. Pfeile. 71 Stück. Ach, das ist doch gut. Hm, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, yeah. Dum, dum, dum. So. Kann ich das Leder hier reinpacken. Das Fleisch. Kann ich auch mal hier reinpacken. Stein. Dö, 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 dö. Oh, yeah, yeah, yeah. Ich wollte die Bären hier rüberpacken. Dance, 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 dance. Oh, sag mal. So, jetzt haben wir 137 Pfeile. Ich glaube, das dürfte vorher erst geliehen. No, no. Ah, so. So. Ich wollte hier eigentlich einen Batzen Fleisch mitnehmen. Richtig. Ich wollte einen Batzen Fleisch mitnehmen und Holz. Um das nochmal in das Lagerfeuer zu schmeißen. Oh nein, ich habe zu schnell gedreht. Wie konnte ich nur? Alter. So. Lassen wir das hier in den Stößel rein. Verdorbenes Fleisch und Narko-Bären. Wie viele Narko-Bären braucht das Ding eigentlich? Fünf. So. Boah, wir stößen das zusammen so. Na, na. Da müssen wir auch noch einiges zusammen sammeln. Ja, wie ich mir gedacht habe. Die Holzkohle können wir mal mit rausnehmen, weil... Die brauchen wir später auch. So etwas wie Schießpulver und so. So, Leute. Ich würde auch mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich nicht mehr so lecken. Ich werde es auf jeden Fall jetzt gleich mal umstalten. Und, ja. Wenn ihr den Part bewerten könntet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.